Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute Folge 52 von Yellow Redstone eingesendet, CIMS 3.0 bei Yellow Redstone. Das CIMS 3.0 ist eine weiterentwickelte Version des CIMS. Das ist erstmal kurz für euch bestimmt oder für einige von euch so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was zum F*** ist bitteschön ein CIMS? CIMS steht für Zirkulares Item Management System. Was? Hallo? Entschuldigung, what? Also, CIMS ist eine kleine Erfindung, die ich gemacht habe. Und natürlich, wenn es so ein Video gibt, in dem wir über das CIMS reden, muss ich euch einmal kurz zeigen, was es ist und wie es funktioniert. Also, schaut her. Wir gehen dazu ganz kurz in die Redstone World. Dort haben wir die Möglichkeit, ein CIMS in vollem Glanz und Gloria zu bewundern. Hier befinden wir uns im Lager. In dem Lager befinden sich ganz, ganz viele Items, beispielsweise Melonen. Und wir haben hier eine Technik. Die Technik macht folgendes. Alle zwei Minuten wird eine Melone an dieser Stelle ausgespuckt. Oh lol, wir sehen es. Genau. Das ist gutes Timing, Leute. Richtig gutes Timing. Wir sehen, alle zwei Minuten wird hier einmal eine Melone ausgespuckt und wandert jetzt hier über eine lange, lange, lange Itemstraße. Sehen, da ist unsere Melone. So. Und es kann sein, dass irgendwo mal Melonen gebraucht werden. Zum Beispiel hier könnten Melonen gebraucht werden. So. Das heißt, hier unten sind ganz, ganz viele Melonen Melonen. Und wenn die gebraucht werden, werden hier oben Melonen rausgehoben. Das heißt, hier oben fehlen nun Melonen. Eigentlich müssten nämlich hier weitaus mehr Melonen drin sein. So. Was jetzt passiert, ist folgendes. Unsere Melone, die sich auf den Weg gemacht hat, fließt nun über diese Wasserstraße. Wir suchen mal unsere Melone. Da wird sie uns gleich entgegenkommen. Es dauert ja sehr lange. Da ist sie. Da ist unsere Melone. So. Und die wird jetzt hier reingehen. Okay. Eine Melone ist hier reingegangen. Jetzt überlegt euch mal so. Alle zwei Minuten kommt eine Melone hier vorbei. Das wird lang dauern. Denn jetzt kommt der Trick. Alle Items gehen wieder zurück ins Lager. Und wie ihr seht, sind hier Lampen. Diese Lampen sind eine Information darüber, wo Items oder welche Items noch auf dem Weg sind. Wir sehen, alle Lampen sind an. Und jetzt kommen die Items wieder zurück ins Lager rein. Und es schalten sich die Lampen aus. Aus, 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 aus. Und es schalten sich alle Lampen aus, bis auf die, von denen Items noch nicht zurückgekommen sind. Einige Items sind noch nicht zurückgekommen. Und zwar dieses Item ist noch nicht zurückgekommen. Und zwar ist das unsere Melone. Und was das System jetzt macht, ist folgendes. Da das System gemerkt hat, Moment, irgendwo wurde eine Melone benötigt, fängt jetzt, zwei Minuten später, das System an Melonen so lange auszuspucken, bis die Melonen wieder zurück im Lager ankommen. Das heißt, wir haben ein System, was die Möglichkeit uns bietet, dass, wie wir sehen, jetzt geht's los, jetzt werden Melonen ausgespuckt. Und zwar werden wirklich so lange Melonen ausgespuckt, bis alle Melonen auf dieser Strecke, die wir haben, aufgefüllt worden sind. Und wenn die Melonen aufgefüllt worden sind, geht es weiter, 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 wieder zurück hier hin und dann wieder zurück in die Kiste. Und dann hört das System auf. Wir tun jetzt mal so, als ob alle Melonen aufgefüllt sind. So, da sind unsere Melonen. Die Melonen sind wieder zurück im Lager. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wait for it. Wo sind unsere Melonen? Da sind unsere Melonen. Okay, wunderbar. Und sie kommen hier im Lager an und das System hört auf, Melonen auszuspucken. Und das ist das CMS. Also eine Technik, wie ihr euer gesamtes Lager mit nur einer Wasserstraße durch die ganze Welt senden könnt und dabei die Möglichkeit habt, wenig Lacks zu verursachen. Ja, das habe ich richtig gesagt, ne? Okay, und das hier ist mittlerweile Version 3.0, die entwickelt worden ist von unserem herrlichen Einsender Yellow Redstone. Ich bin gespannt. Also. Bitte lesen. Wir haben hier noch weitere Informationen. Gucken wir erstmal hier an. Hallo, The Joe Craft und andere. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man ein Lagersystem bauen kann, das nur einen Itemloop benötigt, um Items einzulagern. Und Items auszulagern. Daraus ist das CMS 3.0 entstanden. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Lagersystem. Okay, Lager an, aus, Teleport, Logo. Achso, hier kann man sich das Logo einmal angucken. Okay, sieht doch ganz hübsch aus, ne? Vor allem, es ist relativ kompakt und klein und das finde ich sehr beeindruckend, dass es so klein geworden ist. Und das interessiert mich jetzt sehr stark, wie er es gemacht hat. Ah, okay, das ist brillant. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was hier passiert, ist folgendes. Wenn ihr ein Item lagert, dann habt ihr die Möglichkeit, folgendes zu machen. Ihr könnt hier eine Schiene draufsetzen. Ja, und wichtig ist, dass dann die Blöcke so und so sind. Okay, dann könnt ihr eure, ein Minecart nehmen, ein Kisten-Minecart nehmen. Dann macht ihr folgendes. Ihr baut hier oben nochmal das hin. Macht das hier, das hier. Und ihr macht dann hier eine bepowerte Schiene hin. So, die könnt ihr nachher wieder abbauen. Und jetzt könnt ihr ganz, ganz viele Kisten-Minecarts ineinander stacken. Das heißt, ihr könnt jetzt auf einem kleinen Bereich, ich glaube, es gibt ein Maximum. Maximum läuft 24, 25. Danach werden die automatisch gekillt. Aber ihr könnt ganz viele Kisten auf einem Ort stacken. Das heißt, alle Kisten befinden sich jetzt hier auf einem Ort. Und jetzt könnt ihr, ja, Scheibenklasse, jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir hier es schaffen. Okay, ich hätte vielleicht erst, ah, es ist jetzt schwierig. Man muss jetzt irgendwie versuchen, diesen Dropper darüber zu kriegen. Ja, leichter gesagt als getan. Oder von der Seite ist einfach, okay, ich hätte es auch so machen können. So hätte es auch geklappt. So, wie dem auch sei, habt ihr die Möglichkeit, ganz, ganz viele Minecarts denn zu packen. Und dadurch könnt ihr natürlich sehr viel auf einem kleinen Platz lagern. Okay. Ist das Lager aktuell an? Ich weiß gar nicht. Machen wir mal drücken auf den Knopf hier. Jetzt ist das Lager an. Okay. Das sind Command-Blöcke, die wahrscheinlich nur einen Redstone-Block setzen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht was damit zu tun hat, dass das Cheating ist oder so. Es muss ja Vanilla-Minecraft sein. Ja, hier wird einmal ein Redstone-Block gesetzt. Das heißt, hier wird gleich einmal ein Redstone-Block auftauchen und wieder verschwinden. Gucken wir uns das mal genauer an. Come on. Ah, hallo. Da. Okay. Was passiert? Die Items, die in dem Lager drin sind, werden ausgespuckt. Gehen jetzt hier entlang, gehen hier nach oben. Mhm. Mhm. Ach, das ist schon wieder diese Art an Technik. Ich verstehe. Okay, sehr interessant. Also es braucht nur einen Loop. Das heißt, wir können hier auch Sachen einlagern. Wir können zum Beispiel Melon-Slices hier einlagern. Und was passiert mit den Melon-Slices? Die werden weitergeleitet und werden dann dort, wo die Melonen rein müssen, eingelagert. Da. Okay, die Melonen werden eingelagert. Ich verstehe noch nicht genau, wie das Lager funktioniert, aber ich gucke mir das jetzt mal ein bisschen drüber an. Das Lager ist wieder dabei, die ganze Zeit Items auszusenden. Okay, ist hier irgendwas schief gegangen gerade bei dem Lager? Irgendwas ist hier seltsam. Das Lager macht das so lange? Interessante Technik auf jeden Fall. Das muss man mal so lassen. Ich glaube, jetzt hört das System mit auf. Oh. My bad. Ich glaube, jetzt hört das System damit auf. Ja. Okay, das System funktioniert mit Keykarten, die übertragen werden. Das ist sehr interessant. Also, was ist, wenn Items benötigt werden? Alle zwei Minuten wird ja ein Item herumgeschickt. Ist das überhaupt schon das, was wir benötigen? Ne, was ist, wenn Items benötigt werden? Hier ist eine Kiste. So, und in die Kiste können jetzt mal Melonen reinlaufen. Das Lager sendet immer mal wieder diese Keykarten aus. Mit den Keykarten überprüft das Lager, ob etwas benötigt wird. Und kann dann entsprechend das aussenden. Aber wir haben irgendwie einen kleinen Fehler drin. Irgendwie scheint das Lager nicht richtig zu funktionieren. Oder ich mache irgendwas falsch. Senden hier ist ein Schlüssel. Also, angenommen, die Kisten sind jetzt hier mal voll. So, wir tun jetzt mal so, als ob die Kisten voll sind. Okay? Angenommen, die Kisten sind voll. So, wenn die Kisten voll sind, werden jetzt die ganze Zeit hier Items eingelagert. Okay? Irgendwann sind die Kisten voll. Warum will die sich jetzt nicht füllen, diese Kiste? Wo ist der Fehler denn hier? Irgendwas stimmt hier in diesem ganzen Lagersystem nicht. Irgendwie will sich diese Kiste hier nicht füllen. Karotten und Äpfel. Okay. Die Karotten wollen sie irgendwie gerade hier nicht einlagern lassen. Ah, weil hier ein Schalter umgelegt ist. Okay, wir legen mal den Schalter weg. So, und wir legen auch hier mal den Schalter weg. Jetzt lässt sich alles einlagern, ne? Ja, genau. Jetzt? Okay, gut, gut, gut. Gut, verstanden. Okay. Jetzt verstanden. Man muss sich ein bisschen Geduld üben an dieser ganzen Geschichte. So, jetzt füllt sich das System auf. Jetzt habe ich es verstanden, wie es funktioniert. Und wenn das System aufgefüllt ist, gibt es den Schlüssel wieder zurück. Also diese Informationskarte. Wir haben ja hier diese Itemkarten. Jetzt verstehe ich, wie dieses System funktioniert. Okay, jetzt kann ich es auch erklären. Also, wir haben hier pro Kiste einmal eine Itemkarte und einmal das Item. So, und die Itemkarte wird herumgeschickt. Und als erstes wird die Itemkarte herumgeschickt. Mit der Itemkarte kann dann überprüft werden, ob ein Item benötigt wird. Und wenn das Item benötigt wird, wird dann dieses Item so lange ausgezahlt, bis die, ja, bis die Karte wieder zurückkommt. Ich bin gerade echt am überlegen, ob man mit diesem System, also während ich jetzt gerade dieses hier, diese Vorstellung hier mache, kommt mir eine Idee. Okay, kann man mit diesem System nicht eventuell das gesamte CIMS von mir aus einem aktiven System zu einem passiven System machen? Wow. Das ist eine ziemlich crazy Überlegung. Aber wäre es nicht möglich, dass das Lager eine Karte, also bis jetzt ist es so, dass das Lager drei immer Karten hat. Und diese Karten werden einmal rumgeschickt und wieder zurückgeschickt. So. Das ist der bis jetzt funktionierter System so. Die Karten werden dreimal rumgeschickt. Aber was, wenn ein Lager ist, das Lager benötigt ein Item, dann schickt es eine Karte ins Lager. Und sobald dann alle Items im Lager angekommen sind, schickt es die Karten wieder zurück, das Lager. Das ist brillant. So doof ist das nicht. Ich glaube, ich habe sogar eine Idee gerade. Ich habe, glaube ich, gerade durch diese Einsendung eine Möglichkeit gefunden, wie man das CIMS noch besser machen kann. Und zwar, wie man aus dem aktiven CIMS ein passives macht. Das ist jetzt sehr, sehr tiefes Nerdwissen, Leute. Also meine Zuschauer, die Community, die regelmäßig mich gucken, werden genau wissen, wovon ich rede. Die werden sagen, ja, das ist klar wie Kloßbrühe, was du da gerade sagst, Josef. Und einige Zuschauer, die mich nicht kennen, die werden sagen, sowas zum Kuckuckuck, wovon redet der Typ da? Also bis jetzt ist das System immer aktiv. Also, warte mal. Oh, das ist brillant, Leute. Ich glaube, da lässt sich was draus machen. Nee. Inspiration von euch gegeben, kann man echt was machen. Daraus lässt sich was machen. Also, die ganze Schwierigkeit mit dem wunderschönen CIMS, wo ist es in meiner Testwelt? Lass es mich eben finden. Ist, dass es aktiv ist. Da ist es CIMS. Okay, hier sind meine Experimente zum CIMS. Also, das ganze System ist aktiv. Das heißt, es gibt eine Klock und diese Klock sagt alle paar Minuten, wann das etwas passieren soll. Das heißt, alle paar Minuten gibt die Klock ein Signal. Das können wir mal ganz kurz simulieren mit einem Knopf. So, alle paar Minuten muss es ein Signal geben und alle paar Minuten müssen einmal Items durch den Wasserstrom gejagt werden, um zu überprüfen. Sehen, da wird ja so bunte Wolle durchgejagt. Alle paar Minuten passiert das, um zu überprüfen, ob noch die Items oder ob noch Items benötigt werden oder irgendwo Items sind. So, und meine Überlegung wäre nun, ob man das System nicht komplett passiv macht. Das IMS vorher war ja passiv. Das IMS funktionierte mit Kisten-Minecarts und es wurde eine Anfrage ans Lager geschickt. Das Lager beantwortet die Anfrage und schickt die Sachen wieder zurück. Und ganz ehrlich, kann man das nicht auch fürs CIMS machen? Ich bin gerade echt am überlegen, es müsste sogar super einfach gehen. Das heißt, man hat eine Kiste und die Kiste sendet, sobald sie einen Füllstand unterschreitet, eine Anfrage ans Lager. Und das Lager schenkt dann so lange Items aus, bis die Kiste genug Items hat. Und das Lager schenkt nicht nur die Items aus, sondern jedes Mal, wenn das Lager eine gewissermaßen Menge an Items ausgeschickt hat, sendet das Lager diese Anfrage wieder zurück, auch über den gleichen Wasserkanal. Und wenn die Kiste glücklich ist und die Kiste sagt, okay, ich habe jetzt genug Items, dann nimmt sie die Anfrage wieder auf. Und im anderen Fall nimmt sie die Anfrage nicht auf. Das heißt, die Anfrage geht wieder zurück ins Lager. Das Lager fängt wieder an auszuschütten. Und irgendwann nimmt dann die Kiste die Anfrage wieder auf und sagt, okay, ich bin jetzt glücklich. Danke, ich bin satt. Und das wäre, glaube ich, die brillante Idee. Das wäre BigBrain 46.000. So würde das IMS funktionieren. Das wäre eine Passivlösung. Und das ist das Beste, was noch passieren könnte. Denn null Lags würden dadurch verursacht werden. Denn hier sind nur minimale Lags, während das Lager einmal kurz überprüft. Krass. Leute, mein Ideen-Trigger wurde umgelegt. Ich werde mir da was überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.